So, mein Name ist Jeffrey, der Original-Fahrer aus Wittenlass, der 2010 im Januar in Friedrichshafen um die Laternen vor dem Fahrer und zwischen einem Ferrari und Lamborghini parkte. Im Moment ist sein Fahrzeug, fällt aus seinem Bruder zu, frontal. Sie werden beide Hände aus dem Fenster, die ohne Arscher vorbeifahren und sich anraschen. Auf diesem Ende ist mein Fahrzeug jetzt hier, eben ein Schützdemo, heißt es hier, balancieren ein Spiel mit Gas, Kuppel und Steuerrad, um das Fahrzeug immer wieder ein Lob zu halten, um immer wieder in die Linie zu kommen, wie man möchte und das Fahrzeug in die Position zu finden, wie man kommt. Applaus 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 Und stopp, Junge! Wow, wow, wow! Alter Verwalter! Und stopp! Alter Schwede! Voll Power hier! In der Schwede! So, meine Augen, nicht genug! Jetzt starten wir das Ganze einmal side by side, haarscharf miteinander. Atencion! Nur eins ist gestattet. Nur zwei ist auf dem Weg. Nur ein Bruder. Und da sitzen Sie bei side, haarscharf miteinander. Und da sind Sie fast gedrückt mit dem Fahrzeug. Jawoll! So, und jetzt das Ganze einmal hintereinander. Harscharf Schussmann, Schussmann, Schussmann. Die Dschung-Geräusche. So, ich bin jetzt ein Bruder da. Und dann ist es da. Die Dschung-Geräusche. Die Dschung-Geräusche. Und dann ist es ein Einzelkopf. Wir versuchen beide die Wände hinzubekommen und das Ganze hinterher. Ein Zusammenspiel sondergleichen. Und dann ist es geschafft hier. Ein Zusammenspiel. Ein Zusammenspiel.